Mein Name ist Christian Pradel. Ich bin bei der Atruvia AG. Das ist das Rechenzentrum für die Volksbanken Raiffeisenbanken mit Sitz in Karlsruhe, Münster, Berlin, München. Und ich bin da Projektleiter im Data Center Management und mein Team und ich verantworten da eben auch den Betrieb der FNT-Tools, die wir einsetzen und eben auch den ganzen RZ-Betrieb. Wir nutzen FNT grundsätzlich für die Planung, Steuerung und Dokumentation, unsere Assets in unseren Rechenzentren und eben auch für die Prozesse, die darüber liegen, um eben sichere Datenqualität da zu haben und einfach geplant unterwegs zu sein. Ja, wir sind mittlerweile seit fünf Jahren sehr zufrieden mit FNT. Wir machen die gesamte Planung mit FNT Command fürs Rechenzentrum. Mit der FNT Process Engine haben wir unsere Prozesse, die eben diese Planung unterstützen und sind so in der Lage eben auch kostensparender als früher unterwegs zu sein. Ja, die Reise mit FNT baut bei uns auf FNT Command auf. Wir haben jetzt ganz frisch die Staging Area eingeführt und wollen mit diesem ETL-Tool halt Mehrwerte schaffen, um mit den Daten eben umzugehen und haben zusätzlich auch FNT Analytics dafür eingeführt, um die Daten halt auch zu visualisieren. Und davon versprechen wir uns jetzt mehr Transparenz, vor allen Dingen für unser Management. FNT würde ich immer weiter empfehlen. Ich bin auch immer im Austausch mit anderen Rechenzentren und ja, da sind wir mit FNT einfach mit einem guten Partner unterstützt und das gebe ich auch immer gerne weiter.